Freitag 18.30 Uhr, jetzt ist die Halle Wahnsinn, heute war wieder ein Tag, eine Woche, das ist verrückt, ihr seht, alles ist draußen, alles ist weg, vor einer Stunde hat es hier noch komplett anders ausgeschaut und das zeige ich euch jetzt. Ja, hier sehen wir, was in unserer Werkstatt alles los ist, gehen wir es schnell durch, hier haben wir einen Cartago mit EcoFlow Einbindung, da hinten steht gleich ein Kastenwagen, da laufen wir jetzt noch schnell hin, der hat bekommen Gläsaner Toilette, Wechsel, nein, kein Wechselrichter, Ladebooster, Lithium Batterie und vieles, vieles mehr. Echt Wahnsinn, dann schauen wir kurz da raus, da steht der Crafter, der ist schon fertig, der wird gleich kohl, der hat auch Tankisolierung gekriegt, elektrisches Ablassventil und eine Gläsaner und dann schauen wir noch einmal dahinter, wo wir angefangen haben. Der hat einen Wechselrichter gekriegt, der hat Solaranlage bekommen, Lithium Batterie bekommen und so weiter und so fort, also volles Programm. Hier sehen wir jetzt mal, da wird noch gearbeitet, den Wechselrichter, hier sind wir in den letzten Zügen und dann gehen die Autos alle gleich raus. Ja, herzlich willkommen bei MIGA Caravan in Dinkelspül. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein kleines Video durch unsere WCS Produktpalette. Ich möchte ein bisschen auf die einzelnen Geräte eingehen. Es werden auch noch weitere Videos folgen, wo wir detaillierter auf die Geräte eingehen, um auch noch mehr Erklärung zu bieten. Ich möchte auch jedes einzelne Gerät mal mit euch zerlegen. Gar nicht, ob gut oder nicht gut, darum geht es uns gar nicht, sondern es geht uns einfach um unsere Produktpalette. Und für viele, viele Kunden, die solche Geräte haben, wo wir auch ab und zu mal was nachgucken können, wie was funktioniert, warum was funktioniert und so weiter. Dazu gehört auch einschließlich die App. Auch da werden wir uns nochmal drüber unterhalten von WCS. Die Akku-App, wie die zu bedienen ist, wie die funktioniert, wie es vom Handling her am einfachsten ist. Und dann kann man das auch hier immer wieder nachschlagen und ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, so etwas mal zu machen. Also, drum, lass uns gleich loslegen. Wir gehen hinterher an unsere neue Mustertafel, die noch nicht ganz fertig ist, aber da kann man schon einige sehen und man kann sich schon einiges vorstellen. Also, gehen wir los. Auf den Weg dorthin, oje, da liegen hier noch ein paar Batterien rum. Da will ich mich gar nicht mehr groß dazu äußern. Da habe ich schon Videos drüber gemacht. Ein Video drüber gemacht. Ich habe jetzt für mich entschlossen, erbt die Schnauze voll. Die Dinger gehen zurück zum Hersteller mit einem schönen Gruß aus Dingespül. Für den tollen Service, die ich alle auf Mika-Karavanskosten ausgetauscht habe und ich immer noch hier mit Tickets mich rumärgern muss und die Reklamationen schon seit über einem halben Jahr laufen. Also, ich will mit dazu gar nicht mehr äußern. Ich habe gesagt, für mich hat sie das Thema erledigt. Die Dinge gehen zurück ins Werk, also ins Werk zum Hersteller mit einem ganz tollen Gruß aus Dingespül. So, hier haben wir unsere neue Mustertafel. Die ist noch nicht fertig, also keine Angst. Hier ist noch nichts funktionsbereit. Ist auch ein Heidenaufwand. Wir machen die aber komplett funktionsbereit. Die wird dann hier an die Wand kängt. Da oben ist dann der Bildschirm, wo auch Dokumentationsfilme drüber laufen für die einzelnen Geräte. Und wir werden uns die einzelnen Komponenten sukzessive mal einverleiben. Jetzt möchte ich einfach nur mal so ein Übersichtsvideo machen. Für was braucht man was, was kann was und so weiter. Und das sind schon mal die maßgeblichen und wichtigsten Komponenten für mich in die Richtung Autarkie. Grundsätzlich haben wir hier mal eine Kombi. Also Wechselrichter-Kombi genannt. Dieses Gerät ist für mich nach wie vor einer der besten Geräte. Warum ist es so? Weil sie einfach eine Hochfrequenz-Technologie ist, die dadurch erlaubt, das Gerät so klein wie möglich zu halten. Also ihr müsst sehen, das ist meine Hand. Ihr seht, wie klein das Gerät ist. Es ist gerade mal 5 oder 6 Zentimeter in der Tiefe. Und das ist die gesamte Größe. Wiegt. Ich müsste jetzt genau nachschauen. Die Daten holen wir nochmal nach. Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube irgendwas um die 5 oder 6 Kilo. Es ist aber egal, welche Leistung der hat. Das wiegt der 2000er, der 3000er oder der 2060 oder 2100. Es ist wurscht. Die wiegen alle um das Gleiche. Ich hatte die auch schon etliche Male getestet. Auch eine 3000er-Kombi. Die heißt 3000. Eigentlich müsste die 3500 heißen oder 3,5 kW heißen. Weil die läuft. Das ist Wahnsinn. Also das ist schon mal richtig, richtig klasse. Hier oben haben wir dann drei Ventilatoren. Ja, die laufen, weil natürlich die Hochfrequenz-Technologie etwas mehr Hitzeentwicklung hat. Somit haben wir hier die drei Ventilatoren, die dafür sorgen, dass die Hitze wegkommt. So muss das Gerät eigentlich immer darauf geachtet werden, dass es natürlich auch richtig verbaut wird. Wir dürfen hier keine Wand machen. Es muss natürlich immer dafür gesorgt werden, dass hier die Abluft weg kann, Lüftungsgitter oder Sonstiges. Dann ist auch wichtig, dass man immer dickere Querschnitte verwendet. Das ist auch ganz wichtig. Die richtigen Querschnitte für alle Dinge verwendet, um dann die Kombi richtig anzuschließen. In dem Fall haben wir jetzt hier eine Musterkombi. Das ist die 2060. Das heißt, sie hat eine Leistung bis 2000 Watt und eine Ladeleistung von 60 Ampere. Kombi heißt, ich kann einen Wechselrichterbetrieb einstellen. Ich kriege 230 Volt von meinen 12 Volt Akkus umgewandelt, 230 Volt auf meine Schuko-Steckdosen im Wohnmobil. 60 heißt 60 Ampere Ladestrom. Wenn ich am Landstrom hänge, kriege ich das Ganze wieder zurück als 60 Ampere Ladestrom für meine Aufbauakkus. Das ist eine tolle Geschichte, weil somit habe ich dann auch eine sogenannte Landstrombegrenzung. Landstrombegrenzung ist eine ganz tolle Geschichte. Dazu gehen wir dann gleich nochmal ein, wenn ich das Display zeige. 2000 Watt ist eine Menge Holz. Reicht eigentlich schon für viele, viele Wohnmobile aus. Außer man möchte natürlich mal zwei Geräte gleichzeitig betreiben oder möchte natürlich auch mal eine Induktionskochplatte betreiben oder Sonstiges. Dann wählt man natürlich auch gern die 3000er, weil die hat natürlich richtig Bums. Da kann ich auch mal Kaffee kochen und tosten zugleich. Also das ist schon echt ein tolles Gerät. Wir verbauen die ausschließlich und ich muss sagen, die sind sehr, sehr zuverlässig. Ausfallquote gleich null. Die Dinger laufen, das ist einfach Wahnsinn. Ich selber habe die auch in meinem Fahrzeug als 3000er, als Kombi. Also ich muss sagen, ich habe die jetzt schon seit, ach Gott, ich weiß gar nicht wie lange drin, seitdem ich mit WCS kooperiere oder seitdem wir miteinander arbeiten, seitdem ich Premium Partner bei WCS bin. Und ich muss sagen, die läuft und läuft und läuft. Ich bin gnadenlos glücklich mit dem Teil. Jetzt schauen wir mal kurz runter zum Display. Das haben wir hier verbaut. Hier sehen wir das Display. Ist jetzt noch nicht funktionsfähig, aber das kommt ja noch. Hier haben wir den Ein- und Ausschalter. Nach oben eins ist an, null ist aus. Dann haben wir hier noch eine zwei. Da gehen wir drauf, wenn wir das Ganze in einen Standby-Modus versetzen wollen. Das heißt, wenn ich länger wie zehn Minuten glaube, sind es ungefähr keine 230 Volt mehr vor dem Gerät brauche, schaltet die ganze Thematik automatisch ab. Jetzt kann ich mittels diesen Einschalter das Ganze wieder aufwecken, indem ich hier kurz zwei Sekunden drücke. Oder ich gehe kurz auf null zurück und drücke wieder auf zwei, dann ist das Ding auch wieder aufgeweckt. Das ist eine tolle Geschichte. Sehr komfortabel vom Bedienungsfeld her. Ist relativ einfach, schlicht und man hat auch noch Schalter. Das finde ich immer ganz schick. Hier haben wir dann noch eine Wahltaste. Das geht nur uns was an für die Montage, weil da müssen wir den Akku richtig einstellen. Und hier oben schaltet man bei der Kombi dann noch dementsprechend oder stellt hier noch dementsprechend den Ladestrom ein. Machen wir weiter. Hier haben wir dann nochmal einen kleinen Drehregler. Jetzt komme ich wieder zu meiner Landstrombegrenzung. Da steht jetzt in dem Fall 5 Ampere, 8 Ampere, 7 Ampere, 8 Ampere, 9 Ampere, 10 Ampere, 12 Ampere. Gattersee. Sind die Sicherungen am Stellplatz meist mit, ich müsste jetzt lügen, 6 oder 8 Ampere eingestellt. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Jedenfalls Landstrombegrenzung. Ich stelle hier den Wert ein, den mir die Sicherung bietet, beziehungsweise hat. Und dann nimmt das Wohnmobil den Wert von außen und schießt mir den restlichen Wert dazu. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Weil das heißt nämlich, wenn ich mein Klimaanlag laufen lasse oder meinen Föhn laufen lasse oder mal ein bisschen über diese 6 Ampere drüber schieße, dann nimmt das Gerät, die Kombi, den Strom aus meinem Akku, bis ich das Gerät nicht mehr brauche und lädt natürlich danach gleich den Akku wieder auf. Ist echt eine geile Geschichte. Und somit kann man so schwach abgesicherte Stellplätze ohne Probleme voll benutzen bis 16 Ampere. Und da muss ich sagen, das ist schon richtig fett. Also, alles in allem eine richtig geile Kombi. Ich möchte eigentlich den Begriff gar nicht in den Mund nehmen, aber für mich trotzdem auf dem Markt mit die leistungsstärkste Kombi aus dem Grund raus in dieser Gewichtsklasse, Größenklasse und Leistungsklasse. Muss man einfach so sagen. Ich kenne keine Kombi, die 6 Kilo wiegt und 3000 Watt aus sich raus zaubert. Kenne ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es eine gibt. Ja, soviel zur Kombi und der Thematik. Das gleiche gibt es auch noch als reinen Wechselrichter in der Leistungsklasse 2000 Watt. Ganz tolles Gerät auch. Und wenn man keine Kombi möchte, auch eine gute Lösung. So, schauen wir weiter. Hier oben haben wir den Ladebooster. Hier nebendran den Rapid. Hier müssen wir nochmal ganz klar sagen, ich habe kürzlich ja ein Video darüber gemacht. Da möchte ich nochmal ganz kurz anknüpfen. Rapid brauchen wir nicht mehr drauf eingehen. Mikroprozessor. Tolles Gerät, geiles Gerät. Für mich unumgänglich gehört eigentlich in jedes Fahrzeug. Wenn der nicht drin ist, dann mindestens der. Damit die Stadterbatterie immer versorgt ist und das Auto definitiv nicht stehen bleibt. Soviel dazu. Ladebooster. Haben wir hier die Thematik. WCS-Ladebooster habe ich ja in meinem letzten Video oder vorletzten Video war es, glaube ich, auch mal richtig erklärt. Was der alles kann. Die Plus, das sind die Steuersignale. Hier haben wir die Stadterbatterie, Aufbaubatterie, gemeinsame Masse. Und schon läuft das Ding. Kann man auch als Master Slave, man kann sogar zwei anhängen. Also hier kann man ganz viele wilde Dinge machen. Lichtmaschinenüberwachung. Der Rapid ist hiermit integriert. Auch das ist eine geile Geschichte. Hier habe ich dann nur einen Knopf. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, Stadterknopf. Einen Knopf, dass ich, wenn mal die Stadterbatterie leer ist, ich durch Drücken dieses Knopfes ganz kurz für 5, 6, 10 Minuten, je nachdem, 30 Ampere in die Stadterbatterie schiebe, dass ich wieder stadtfähig bin. Und das ist natürlich eine echt geile Geschichte. Aber wann brauche ich den Ladebooster denn auch noch? Wir haben zum Beispiel aktuell Fahrzeuge, die wir ganz oft umbauen, nämlich den Crafter. Der Crafter, so toll wie er ist und so geil wie er ist, hat aber, wisst ihr ja, die Thematik, dass die Stadterbatterie unterm Sitz im Innenraum ist, die Aufbaupatterie vorne im Motorraum ist. Beides AGM, die gleichen Batterien. Somit hat sich Crafter natürlich den Booster gespart und arbeitet mit einem Trennrelais. Das sitzt im Motorraum gleich hinten rechts, ein reines Trennrelais. Wenn ich jetzt in den Crafter eine Lithium-Batterie einbaue, dann muss ich einen Booster mit verbauen. Weil sonst schafft natürlich die AGM und die Lichtmaschine nicht mehr, die Lithium-Batterie hinten zu laden. Das funktioniert nicht. Wir brauchen da unbedingt einen Booster. Das ist immer so der Grund, wo ich sage, es gibt Fahrzeuge, die haben schon einen Booster. Gut, da kann man dann über die Leistung streiten. Es gibt aber immer noch etliche Fahrzeuge, die definitiv keinen Booster haben. Und wenn wir die umrüsten auf Lithium, dann ist sowas unbedingt erforderlich. WCS Ladegerät. Ladegerät heißt, ich hänge mich am Landstrom und hier kommen 230 Volt rein vom Landstrom. Hier oben kommen dann die Ladestrome für die Aufbauakku statt der Batterie und so weiter raus. Das Schöne ist, also für die Aufbauakkus müssen hier definitiv die Ladegeräte verbaut werden, wenn man Lithium nutzt. Ich bin mittlerweile skeptisch. Ja, ich habe am Anfang auch immer gesagt, ja, geht schon, aber es kommt immer darauf an. Also wenn ich eine Lithium-Batterie habe und jetzt sagen wir, es gibt ja auch die 100 Amperestunden Lithium. Es ist eine Solaranlage verbaut, wo Lithium-Kennlinie kann und so weiter. Dann kann man noch, wenn nur ein Booster auch noch verbaut ist, dann sage ich immer, ja, dann drücken wir Augen zu und sagen, muss nicht unbedingt sein. Aber wenn das alles nicht ist und ich definitiv einen Lithium-Akku verbaue und dann sage ich doch, Leute, bitte verbaut euch ein anständiges Ladegerät. Die Thematik ist nämlich, es gibt auch Hersteller wie die Firma Foster, ich weiß gar nicht, warum die das sagen oder aus was für einem Anlass raus die das sagen. Die behaupten, dass ihr Lithium-Akku definitiv keine Ladetechnik extra braucht. Verstehe ich nicht ganz. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe es nicht getestet. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich glaube es nicht. Das ist aber mein persönlicher Glaube, weil die AGM, die CBE-Ladegeräte zum Beispiel, die schalten nach einer bestimmten Dauer komplett ab. Das ist ganz egal, was für ein Akku da dran hängt. Das machen die bei AGM genauso wie bei Lithium und bei Lithium schalten die ab und dann warten die nämlich, bis die Spannung wieder runter geht. Beim AGM ist das ja nicht so schlimm, beim Gel- und AGM-Akku, weil wenn der leerer wird, geht ja auch sofort die Spannung mit runter. Bei Lithium allerdings schaut es ja anders aus. Da geht die Spannung nicht runter. Also das Ladegerät merkt erst dann, dass der Akku leerer wird, wenn die Spannung runter geht. Und dann aber der Lithium-Akku, wenn da die Spannung runter geht, er schon auf 30% runter gejuckelt ist. Weil sonst hält er ja einigermaßen die Spannung und das Ladegerät merkt das nicht und fängt auch nicht mehr an zu laden. Und das ist dann eigentlich egal, welcher Akku da dran hängt. Ob das ein Foster ist oder ein WCS ist oder ein Bulltron ist oder Sonstiges. Und das macht es halt ein bisschen schwer. Und da kann halt passieren, dass der Akku am Ladegerät hängt, 24 Stunden, aber halt nicht voll wird. Weil das Ladegerät vorher abgeschalten hat, der Akku lädt nicht voll und ja, okay. Okay, darum sage ich, doch, wenn wir Lithium verbauen, sollten schon mindestens ein, zwei Komponenten da sein. Die Arme der richtigen Kennlinie laden, zweitens den Akku auch richtig voll machen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann brauchen wir eben auch ein neues Ladegerät, wo die Lithium-Kennlinien dementsprechend fahren können. Der gute Solaregler. Hier haben wir noch den WCS-Solarregler. Den habt ihr schon in vielen Videos gesehen, auch von Götz. Der ist natürlich genial, weil er riesengroße Kühlrippen hat, weil er tolle Leistung hat. Der kann 100 Volt. Der hier ist ein 30er. Der kann dann bis 30 Ampere Energie-Ladestrom erzeugen bzw. weitergeben. Das ist halt schon eine geile Sache. Also ich mag die Dinger richtig gut. Dafür gibt es auch noch eine Bluetooth-Schnittstelle, damit man das mit einer App dementsprechend abrufen kann. Wie gesagt, Funktionen der ganzen Geschichten und der Apps, die gehen wir dann nach und nach noch miteinander durch. In den nächsten Videos möchte ich euch das immer wieder zeigen, damit auch ihr immer wieder mal nachgucken könnt, was wir hier eigentlich machen, wie das alles funktioniert. Das ganze Brett hat die Aufgabe zu simulieren, wie es denn richtig funktioniert. Hier liegt schon das Zündschloss. Wir werden auch ein Zündschloss einbauen. Das heißt, wir schalten die Lichtmaschine an. Der kriegt die Plus und startet und lädt die Batterie. Hier stecken wir den Landstrom an, über die FI-Geschichte, dann in den Wechselrichter, in die Kombi. Die simulieren dementsprechend mit Hilfe einer Steckdose, dass das einwandfrei funktioniert und ziehen den Landstrom ab. Dann haben wir die Wechselrichtereinheit, wo es funktioniert, können auch dann entsprechend eine Landstrombegrenzung simulieren und können das Ganze auch hier bei uns im Laden den Kunden zeigen. Das finde ich eine tolle Einrichtung. Darum ist das höchste Eisenbahnwand, dass wir so ein Brett hier mal bauen, damit es anständig und ordentlich ausschaut, damit wir das Ganze mal richtig demonstrieren können. Dann natürlich nicht zu vergessen, nur Kleinigkeiten haben wir hier. Die WCS-Solar-Tasche, Solar-Koffer, die WCS-Power-Station und so weiter und so fort. Das sind all seine Produkte. Wir gehen aber intensiv mal auf diese ganze Thematik ein, weil das ist das, was täglich verbaut wird bei uns und natürlich seine Akkus. Und da gehen wir dann in den nächsten Videos einfach noch viel, viel näher drauf ein. Ja, das war der Überblick von unseren Geräten, wo wir so verbauen. Das war so ein kleiner Einblick, was wir alles machen, die Vorstellung dieser Mustertafel, wie alles funktioniert, was die Sinnhaftigkeit ist. Da werden wir eine Serie draus machen mit jedem einzelnen Gerät, immer intensiver, tiefer reingehen bis hin zur Bedienung und der Verbauung. Und da wünsche ich euch hoffentlich ganz, ganz viel Spaß dabei. Wenn irgendwas ist, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mir fleißig wünschen, von euch auch Anregungen zu kriegen, was euch interessiert. Ansonsten möchte ich euch hier an der Stelle schon mal ein wunderschönes Wochenende wünschen. Abonniert meinen Kanal, über ein Like freue ich mich ganz herzlich und wenn ihr ganz verrückt seid, drückt ihr die Glocke, weil dann verpasst ihr in Zukunft auch kein Video mehr. Ich bin jetzt auch schon ruhig und entlasse euch ins wohlverdiente Wochenende und wünsche euch alles Gute und wir sehen uns, passt auf euch auf, im nächsten Video. Also, ciao, ciao, euer Micha. Bis zum nächsten Mal.